Okay, hallo, wir sind Lukas und Paul vom Building Knowledge TV. Heute wollen wir euch eine Geschichte erzählen. Kommt mit! Der Eva Spring of Knowledge School fehlt es an Klassenräumen. Weil sie aber ein sehr geringes Schulgeld nimmt und die anderen Schulen in der Umgebung für einen Großteil aller Schüler zu teuer sind, verlassen diese die Schule frühzeitig und ohne Abschluss. Schüler für die neuen Klassenräume sind da. Lehrer gäbe es auch. Nur das Geld fehlt, um den Campus zu erweitern. Um das zu ändern, haben wir den Verein Building Knowledge gegründet. Als ein Team aus Geisteswissenschaftlern, Architekten und Handwerkern wollen wir jedoch mehr als nur drei neue Räume. Mit der geplanten Erweiterung wollen wir in den nächsten Jahren 200 zusätzlichen Schülern eine Schulausbildung ermöglichen. Im engen Austausch mit der Gemeinschaft vor Ort arbeiten wir schon jetzt an einem dreistufigen Erweiterungskonzept, mit dem die Schule langfristig und nachhaltig wachsen kann. In der ersten Phase werden drei neue Klassenräume gebaut und die sanitären Anlagen erweitert. Dies schließt ein Wasserkonzept für den gesamten Campus mit ein. All das geschieht im Rahmen einer interdisziplinären Summer School direkt vor Ort in Indien. Die Summer School planen und verwirklichen wir in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft vor Ort, der Technischen Universität Berlin und der Northeastern Hill University in Chilom. In der zweiten Phase werden wir lediglich bei der Organisation und der Finanzierung helfen, sodass die dritte Phase der Erweiterung komplett selbstständig durch Handwerker und die Gemeinschaft vor Ort realisiert werden kann. So wird am Ende dieses mehrjährigen Prozesses die Gemeinschaft vor Ort in der Lage sein, ihre Schule bei Bedarf selbstständig zu erweitern und den Stand zu halten. Um dieses Vorhaben zu verwirklichen, brauchen wir noch 10.000 Euro. Von dem gesammelten Geld werden wir die erste Phase realisieren. Drei Klassenräume bauen, die sanitären Anlagen erweitern und einen überdachten Gemeinschaftsbereich schaffen. Teilt uns, liked uns und schreibt uns an info.atbuilding-knowledge.de